Ich will immer noch viele Leute damit umschlagen, ob man nicht doch den Google 7-Style einfach besser findet. Und das lässt meine Stirn schon immer runzeln, wie man das dann halt nun besser finden kann, mit Ares aus der Hölle zu arbeiten. Was mich mal wieder dazu gebracht hat, ja, dann mach doch einfach mal einen kleinen OP-Tech-Talk. Die Prennung ist hier, Jackson ist eigentlich ja eher für einen guten Erklärung, ein bisschen komplizit. Und schauen mal, was die Leute so davon halten. Ja, benutzt ihr denn alle schon Google 8? Wer benutzt noch Google 7? Auch, ja. Spannend. Auch nicht. Okay, interessant. Also ich würde euch einfach warnen und zu erzigen, euch den OP-Kram einfach nochmal anzugucken und halt sich zu überlegen, ob es nicht besser wäre, anders zu programmieren. Weil aus meinen sechster Jahren Erfahrung mit Google 7 ist es schon so, dass ich mir oft gewünscht hätte, ein bisschen mehr Doppelboden und ein Fallnetz zu haben und nicht immer einfach zu wissen, was da nicht passiert. Aber ja, schauen wir mal. Ja, Kastenprogramm ist mein Name. Ich arbeite bei V4 Business als Senior Entwickler. Ich habe sehr lange ausschließlich mit Google gearbeitet. Eigentlich nur mit Google 7 habe ich dann dazu entschieden, dass ich Google 8 nicht einsetzen werde. Alles, was ich machen möchte, ist eigentlich mit Symfony zu arbeiten. Und das tue ich auch, soweit ich kann. Und willkommen bei meinem Talk. Wie schon angedroht, reden wir erstmal über objektorientiertes Programmieren. Und man soll sich hier einfach vor Augen halten, dass das Zeug schon seit 1950 im Gespräch ist. Also es ist irgendwie nichts Fetziges, Neues oder besonders Kompliziertes. Interessanterweise, was ich zum Beispiel über furchtbare Sprache habe, fing das tatsächlich mit Common Lisp an. Ich hoffe, dass habt ihr nie sehen müssen, was das für ein Zeug ist. Das sind so Klammer, 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 irgendwie A gleich B, Klammer, 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 Klammer. Also ganz, ganz furchtbar. Eine andere furchtbare Sprache ist Java. Und die gibt es halt schon seit 1996. Das habe ich auch nochmal nachgeguckt. Und merkt nicht den Namen einfach Martin Fowler. Ihr solltet unbedingt auch das lesen, was der Mann sonst schreibt. Das ist einfach höchst interessant. Und das ist alles so von 2003. Also das ist auch nicht gerade fancy New Shit oder sowas. Wir im PHP sind da nur, also einfach mal 10 Jahre hinterher. Von daher ist halt auch immer wieder die spannende Frage, ob PHP sich jetzt in Richtung Java entwickelt und warum wir denn nicht eigentlich alle Java machen. Weil Java hat das ja irgendwie alles schönes Hard-Type und doch eigentlich viel cooler. Also von meiner Seite her kann ich immer nur sagen, dass ich Java eher nicht benutzen würde. Aus zwei Gründen. Einmal, weil das ganze Deployment mir dafür viel zu aufwendig ist. Weil Java ja immer eine komplette Binary produziert und die API halt nicht. Und weil es Oracle gehört und Oracle ist das neue Böse. Und bei Microsoft ist es jetzt gut, auf die können wir nicht mehr rumhacken und der will ich nur hin und sowieso. Also von daher, ja, da muss man sich halt unterscheiden, wie es ist. Es gibt ja wirklich lizenzrechtliche Probleme. Wenn die Java benutzt, müsst ihr sehr aufpassen, was ihr da runterladet und benutzt. Weil in der Open Source Distribution sind Teile drin, die nicht Open Source sind. Und dafür werden Leute auch tatsächlich von Oracle verklagt, was ich nicht ganz so witzig finde. Naja. Also was nun eigentlich? Kühl. Kühl, unser perfektes Beispiel für objektorientiertes Programmieren. Weil so eine Kuh ist immer unser Objekt der Begierde. Eigentlich wollen wir da eigentlich gar nicht sauen. Von der Kuh kriegen wir wenigstens immer Fleisch und Milch. Das ist ja schon mal was. Aber wie machen wir denn jetzt irgendwie einige gar nicht sauen raus? Und da kommen wir dann halt zu typischen objektorientierten programmierten Pattern. Wenn ich noch einen Schritt nochmal zurückgehe und einfach nochmal viel so philosophiere, was man in der PHP eigentlich so treibt, das ist eine prozedurale Sprache eigentlich mal gewesen, eine funktionale Sprache. Das heißt, ich hämmere Anweisungen runter, wenn das halt so ist, dann tust du bitte dieses und wenn nicht, dann machst du das. Also wenn das so ist und dann nicht, dann tust du das, das ist ja eigentlich schon ein Anti-Pattern. Aber da möchte ich jetzt auch nicht so detailliert drauf eingehen, aber so ist PHP halt mal aufgewachsen. Unheimlich schnell und praktisch für uns alle und jetzt wollen wir doch irgendwie dieses OOP-Zeug machen. Und das ist ja immer ein bisschen schwierig zu sehen, warum. Drupal 6 war ja eigentlich auch schon objektorientiert. Unsere Not war in der Standardklassen. Also das ist ja schon voll so objektlich. Würde ich einfach sagen, nein, das bringt uns einfach gar nichts. Das ist ja nett, dass es ein Objekt ist. Aber naja, was sollen wir eigentlich damit? Also objektorientiert zu programmieren, besteht halt erst mal daraus, dass ich eine Klasse habe. Also einen Bauplan für ein Objekt. Also da steht halt einfach drin, die Kuh hat irgendwie Hörner und Hufe und irgendwie so ein paar Flecken drauf und so eine Farbe oder irgendwas. Das ist auch immer wichtig. Und keine Ahnung, dass das heute so ein Volumen hat oder keine Ahnung, was die Kuh so kann. Sie kann vielleicht nicht gehen, vorwärtsrückwärts gehen, Gras fressen und scheißen. Das können wir dann alles in unserem Kuhobjekt hinterlegen, also in unserer Klasse definieren. Und wenn wir daraus ein Kuh machen, dann kann die das alles schon. Yay, das ist doch irgendwie geil. Dadurch haben wir uns irgendwie schon mal erklärt, das ist ein Kuh, das ist anschaulich, die hat dann halt irgendwie hier Zeug. Das kann sie halt so machen. Und das ist auch irgendwie schöner, als wenn wir irgendwie so haben, so ein Array, so, da steht irgendwie so drin, das hier ist ein Kuh. Und die hat dann irgendwie im ersten Key so eine 1 und dann so eine 2 und dann wissen wir nicht mehr, was da drin steht. Das ist schon mal irgendwie ein bisschen plakativer. Dann kommen wir aber zu so gewissen abgefahrenen Sachen wie Interfaces, die mir im Objekt orientiert sind und somit so auch eine der wichtigsten Bausteine einfach sind. Wir sagen nämlich, eine Kuh hat immer Hörner, eine Kuh hat immer Hufe, sonst ist es halt einfach keine Kuh. Und ein Interface ist für mich halt eine Bedingung oder halt ein Versprechen darauf, was die Kuh halt immer können muss. Das heißt, jede Art von Kuh, ob die nur aus Irland oder aus Italien kommt oder ob es nun ein Büffel irgendwie in den USA ist, vielleicht sagen wir mal den latanischen Namen für und sagen, das ist halt immer unser, ja, absolut keine Ahnung, was Kuh auf Latein heißt. Aber wir können eine Gleichmäßigkeit halt hinkriegen und wir können erreichen, dass wir immer wissen, eine Kuh sieht halt immer in der Richtung aus. Da sind vielleicht wirklich sogar liebe Wiese nicht schlecht, weil sie halt Gattungen haben und in diesen Gattungen können wir uns dann bewegen und damit festlegen, was das ist. Also das sind auch so Grundsätze, die sich in PHP, ich würde sagen, seit fünf Jahren so, also eigentlich alles so mit dem Aufkommen 1552 anfangen halt eher wieder zu etablieren oder die abgefahreneren Leute halt in den persönlichen Projekten schon länger programmiert haben. Das ist einfach super praktisch, ich wollte auf sowas einfach nicht verzichten. Dann gibt es noch eine Abstraktionsschicht dazwischen, weil das heißt, ist ja schön, dass die Kuh Kuh Körner hat, aber vielleicht wollen wir die Körner schon mal irgendwie ein bisschen definieren oder irgendwie mal sagen, ein Horn auch immer irgendwie eine Länge oder irgendwas und das muss halt, wenn die Kuh gebaut wird, halt festgelegt werden und wenn ich Frage halt irgendwie Horn Länge, dann kriege ich halt irgendwas zurück. So, das macht halt nicht das Interface, das macht eine abstrakte Basisklasse, von daher ist das das nächst höhere Versprechen, auf das ich mich halt verlassen kann, innerhalb meiner Struktur, welches mir dann aussagt, das kann das Biest nur eigentlich und so treibe ich Silux vor Ort. Und das ist auch einfach super witzig, das zu tun, also alles Dinge, die Dupe 7 zu uns nicht hatte, in der Nacht kann ich es euch nicht mal sagen, ob ich mittlerweile drin ist oder nicht, ich hoffe einfach, dass es das tut. Ja, und dann ist zum Schluss, wenn ich das alles irgendwie zusammenhole und, also ich nehme eine Klasse, die dann irgendwelche Abstraktionen benutzt, die dann irgendwelche Interfaces benutzt und daraus brauche ich mir dann ein Objekt. Und Objektorientierung bedeutet auch, dass ich irgendeine Art von Vererbung habe, egal wie die ist, in PHP ist sie einfach, das heißt halt von der abstrakten Kuh kann ich eine richtige Kuh machen, eine norddeutsche Kuh und dann kann ich halt sagen, ist das meine Schleswig-Holstein-Schwarz-Weiß-Bunte und dann kann ich die je nachher einfach instanziieren und dann habe ich halt meine Schleswig-Holstein-Kuh, die dann besonders viel nicht gibt oder die Bronsen, vielleicht auch besser fürs Fleisch. Ja, und dann habe ich hier verschiedene Abwandlungen. Das sind einfach Grundlagen, mit denen man sich dabei einfach beschäftigen solltet, die euch jetzt das Leben einfach leichter machen. Das ist jetzt noch nicht mal der abgefahrene Shit oder irgendwas wirklich Kompliziertes, sondern es gibt uns einfach den Halt, dass wir einfach wissen, was die Dinge tun und das geben uns Arrays einfach nicht. Also, wenn ihr mit Render Arrays einmal gearbeitet habt mit Rupel 7, dann wisst ihr, das wollt ihr einfach nie wieder machen. Und da können Objekte halt einfach helfen, weil man dann halt ein Objekt hat, welches sich quasi selbst rendert und dann Kinder hat, die auch wissen, wie sie gerendert werden. Das bringt man dann halt alles zusammen. Das kann dann von unten nach oben laufen und dann hat man das Zeug halt stehen. Wenn ich da irgendeinen Array habe mit irgendwelchen Hash-Wert-Sachen, dann herrje, ich meine, die werden erweitert, also ein bisschen in hellem Wahnsinn und dann weiß ich nicht, was passiert. Ja, das ist ja eigentlich alles total geil. Warum funktioniert es denn eigentlich nie? Also, in meiner Laufragung, ich mache das schon seit 2000, habe ich diverse Projekte gesehen. Und die Top-Liste auf meiner schlimmsten Projekte, die ich je gesehen habe, sind zwei Drupel-Sites. Aus dem einen Drupel haben sie versucht, Symfony zu machen. Das war auch echt abgefahren. Da halt zu sagen, wir wollen keine Features, sondern wir nehmen das jetzt über eine XML-Config und die Injecten-Werte in Drupel, um Felder zu erstellen. Das hat jetzt bürgerweise nichts mit Rupel zu tun, aber das zweite war geil. Mein liebster Kommentar an dem Projekt war immer noch, das ist Clusterfuck, ich weiß nicht, was es bis heute ist, aber es war sehr lustig. Die haben dann nämlich versucht, Drupel-objektorientiert zu machen, das heißt, sie haben das Notobjekt genommen, also diese Standard-Clust, was eigentlich kein Notobjekt ist, und haben auch so ein richtiges Objekt gemacht. Und die hatten so geile Sachen, so wie eine Get-Title-Methode, was einfach völlig sinnlos war, weil Drupel geht einfach standardmäßig einfach auf den Wert hängt, wenn man die scheiß Titel nimmt, hat sich das einfach. Das war völlig überladen und gerappt in einem Haufen von Sinnlosigkeit. Und das ist für mich immer so, wir machen jetzt OOP, weil wir irgendwie OOP machen. Wir haben in unseren Objekten halt Methoden, was die Teile halt können, und da steht einfach so richtig viel drin, und die können so richtig viel, und das bürgt uns dann auch nicht weiter, weil dann sind wir eigentlich wieder im funktionalen Programmieren. Das heißt halt, ich habe zwar ein Objekt, und das sagt halt irgendwie Q-Lauf, aber im Q-Lauf wird halt so viel Zeug getrieben, dass ich davon einfach überhaupt nichts habe. Das ist nicht der Sinn von objektorientiert Programmieren. Das ist ein Mindset von objektorientiert Programmieren, es ist halt alles klein, so kleine Elemente, dass du damit halt einfach arbeiten kannst. Und, naja, dabei kommt dann halt also wirklich eine ganze Menge Scheiß einfach immer raus. Die Standardklasse in Drupel ist für mich genau das Gleiche. Also ist euch eigentlich klar, was ihr benutzt? Denkt irgendeiner von euch, dass Drupel 7 durch, weil dadurch, dass es eine Standardklasse benutzt, wirklich ein objektorientiertes Paradigma irgendwie einbindet. Also, ich hoffe nicht. Okay. Also es ist genau das Gleiche. Warum zur Hölle ist das Notobjekt ein Objekt? Das bringt uns nichts. Das bringt uns einfach überhaupt nichts. Also da hätten wir auch irgendwie wieder Larry nehmen können. Das ist genauso spannend einfach, außer, dass es einfach netter zu schreiben ist mit den Pfeilen oder so. Das ist einfach, wir haben keine Verlässlichkeit, ob der Not einen Titel hat. Das finde ich wirklich übel. Wie oft habe ich in Drupel gesessen und ich schwitze und mir überlegt, was kann dieses Ding jetzt eigentlich? Warum kann es das? Wo kriege ich jetzt den Wert her? Und ich weiß es halt einfach nicht. Und das ist einfach wieder objektorientiertes Programmieren in die komplette Sinnmäßigkeit. Und wenn sowas halt durchkommt, dann lasst es einfach bleiben. Also dann programmiert lieber einfach straight prozedural runter, startet eure Funktionen, einfach so Bedingungen. Das ist schneller, das ist eventuell unkomplizierter. Und ihr müsst euch nicht von Typen wie mir erzählen lassen, das hast du jetzt gar nicht so gut gemacht. Und da gibt es natürlich noch viel mehr Zeug, was halt daneben gehen kann. Und das ist halt, warum wir die T-Penancy Injection haben. Wir wollen halt alles nichts, also tight coupling machen. Das heißt, wir wollen die Sachen halt unabdingbar zusammenflanschen. Ist ein Anfänger-Tor-Orchester, ich werde jetzt einfach fast keinen Code schreiben, dass die Sachen halt direkt zusammenbauen. Ich habe in dem einen Video ein nettes Ding gesehen, es ging um einen Bauroboter. Und der Bauroboter sollte ein Haus bauen. Und das sollte er aus Holz bauen. Und dafür hat er halt die Möglichkeit gehabt, das zu tun. Er hatte alle Werkzeuge da. Die Frage ist, woher her kommt das Holz? Und das Holz kam also zuerst einmal einfach aus dem Roboter. Da hatte er so eine Klappe und dann war da immer Holz drin. Und das holte er sich einfach aus sich raus. Und dann hat er da draußen ein Haus gebaut. Und dann war nur die Frage, woher kriegt er denn jetzt die Tür her? Dafür ist die Klappe einfach viel zu klein. Da kriegt er die Tür ja gar nicht raus. Ja, spannende Frage. Ihr könnt jetzt einen größeren Roboter bauen, der halt noch neben der Holzklappe eine Türklappe hat. Und dann geht es auch eine Fensterklappe, eine Schornsteinklappe und ich heiße nicht was. Das heißt, der Roboter ist wieder für alles verantwortlich, alles herzustellen. Und wir wissen überhaupt nicht, wo es hier kommt. Also ihr könnt dem Tipp folgen. Also es ist halt darum, dass irgendetwas magisch halt entsteht. Und in diesem Wort magisch liegt halt einfach das Problem. Wir wollen die Magie halt raushalten. Wir wollen einfach wissen, was da halt wirklich passiert. Und wenn wir es halt halt kappeln, dann haben wir nie die Chance, irgendwas zu ändern. Wenn der Roboter halt immer alles direkt angebaut haben muss, dann muss er halt irgendwie mit Holz arbeiten können. Dann muss er mit Steinen arbeiten können. Er kann sich nicht darauf konzentrieren, bauen ein Haus. Sondern er muss mit den Materialien umgehen. Er muss die Materialien beschaffen. Er muss eigentlich mit den Steinen umbetreiben. Das ist halt einfach so richtig übel. Und was wir doch verdammt nochmal eigentlich wollen, ist, dass wir dieses blöde Ding da hinstellen. Neben ihm liegt ein Stapelholz. Und dann fängt der andere aus, das Haus zu bauen. Und er kriegt eine Tür geliefert, weil irgendeine Fabrik hat sich darum gekümmert, diese Tür zu bauen. Und der Roboter kann dann die Tür nehmen und in das gesamte Haus, also unser gesamtes Objekt einbauen. Das ist halt einfach das, wo wir hinwollen. Und je drängst dichter wir das Binden, desto schlechter können wir es nachher erweitern und in irgendeiner Form damit arbeiten. Das ist halt so der ganze Trick. Und das Slide habe ich einfach von vornher kondenziell geklaut. Hochbewerbter Mensch, Fazit-In-Gerborten und ungefähr 150 andere Tools. Man könnte so gesehen sagen, dass er wahrscheinlich 50% von Google 8 programmiert hat, ohne dass er auch mal irgendwie an Google 8 gelacht hat. Und wahrscheinlich alles, was da drin ist, gut auf dem, was er gemacht hat. Das Problem ist eigentlich, er benutzt auch nur Sachen. Man sagt ihm ja nach, Java jetzt Gemonsker zu bauen. Eigentlich kommt er dann aus Perl. Von daher ist das immer ganz spannend. Er sagt selber, ich habe doch gar nichts mit Java zu tun. Ich komme auch aus einer ganz anderen Sprache. Nur er scheint irgendwann mal kapiert zu haben, dass man netter programmieren kann. Und dann hat er Sachen einfach mal netter programmiert. Symphony 1 soll auch ein ziemlich wüstes Ding gewesen sein. In zwei haben sie es einfach besser gemacht. Was wir hier halt sehen, ist ein winziges Beispiel. Und es geht halt um die Zeile, ich hoffe, ihr könnt das lesen. Ich freue mich hier vorne, aber nicht schlecht lesen. Wo Urteil steht. Weil die spannende Frage ist, warum ist das jetzt eigentlich doof? Das ist der Constructor. Also da oben steht halt unter Strich, unter Strich Construct. Ich habe immer noch einen Schatten drauf. Egal. Also das erste Function ist es der Constructor. Und in den Constructor wird halt ein neuer Session Storage gemacht. Stellt Fragen. Weißt ihr alle, von was ich hier rede? Was passiert da? Wer weiß es nicht? Ich erkläre es gerne 100 Mal. Das ist wichtig. Den Rest der Session könnt ihr vergessen. Ihr könnt dann ein Hörner und dann zu kühlen. Das ist alles okay. Aber die zwei Zeilen, die jetzt kommen, das ist darum geht die ganze Session. Alles klar? Der Session Storage, der aber festgebunden ist. Da kann ich mich in anderen Storage nehmen. Da muss ja eine Interface Separation in den Parameter drin sein. Der sich an diesen Parameter, was diese User-Klasse verlangt, hat. Also das mit dem Interface ist ja schon the hot shit. Also das ist schon ein Schritt weiter. Da wird es jetzt erstmal, also wenn dieser Session Storage gebaut wird, also diese Klasse User hat einen Session Storage. Und wenn der User erstellt wird, dann bekommt er seine Session. Und er wird sie immer, diese eine Session bekommen. Jeder User hat seine eigene Instanz von einem Session Storage. Wie der konfiguriert ist, wissen wir nicht. Was der Treib, wissen wir nicht. Es ist immer wieder ein neues. Das belegte Beispiel dafür sind eigentlich immer Datenbankverbindungen. Warum Frau Mio nur keiner genommen hat, weiß ich nicht. Und ich war zu faulen, ein Beispiel für Datenbankverbindungen zu klauen. Normalerweise sagt man halt so, das ist für euch als Entwickler vielleicht etwas anschaulicher. Ich habe die Verbindung zu einer Datenbank. Und ich will eine Abfrage machen. In der Abfrage erstelle ich die Verbindung zu der Datenbank. Map falsch. Das ist einfach eine dumme Idee. Das heißt zum einen, jede Abfrage erstellt eine neue Verbindung zur Datenbank. Und jede Abfrage erstellt auch eine neue Verbindung zur Datenbank. Und wir können sie nie austauschen. Entschuldigung, das wollte ich sagen. Und wir können sie halt auch nie austauschen. Weil dafür müssen wir wirklich in den Code gehen und irgendetwas wirklich ändern. Und die nettere Variante ist halt einfach das. Hier unten mache ich zuerst den Session Storage fertig und gebe diesen Session Storage an den User. Das ist auf jeden Fall schon mal die bessere Idee, das zu tun. Das heißt, ich habe irgendwo einen definiert. Der kann global definiert sein. Ja, das ist auch ein Anti-Pattern. Ist da jetzt mal dahingestellt. Der Witz ist einfach nur, ich habe Kontrolle darüber. Wenn ich fünf User mache, kann ich diesen Storage jetzt auch fünfmal an diese User übergeben. Es ist halt immer das gleiche Ding. Er liegt immer an der gleichen Stelle. Wir wissen, wie er konfiguriert ist. Und der User hat bis auf das, dass er den Storage benutzt, nichts damit zu tun. Das ist genau das. Wir haben jetzt einfach die Holzbretter neben den Roboter gelegt und er fängt an, unser Haus daraus zu bauen. Das ist einfach das Wichtige an der ganzen Geschichte. So, und das war's. Okay, war natürlich nicht wichtig. Die Frage ist ja einfach, wo geht es dann einfach hin? Du hast es ja auch schon ein paar kritischen Sachen gesagt. Warum tun wir das? Da ist es einfach nur nicht zu Ende. Deshalb ist mir das Pattern einfach so wichtig. Deshalb solltet ihr das einfach, und die Pernisse in den Jacksonen kommen, schon mal sagen, habe ich verstanden, ist eine gute Sache. Und zwar, weil sie folgende Urteile benehmen. Warum Fabian auf dem vorigen Slide halt unten halt hingeschrieben hat, dass es ein bisschen mehr Code ist, weil er halt daraus geben will, dass ich halt diese Konfiguration in den Zeilen mal unten anders machen kann. In Symfony, ich habe wirklich keine Ahnung, was Google treibt. Ich denke, es gibt auch einen Service-Container, wobei ich in Google sehr viel statische Aufrufe sehe, die für mich auch wieder eine harte Bindung sind, die ich nicht gut finde. In Symfony gibt es einen sogenannten Service-Container. Da könnte ich theoretisch in dem Konstruktor vom User sagen, also der User kriegt den Service-Container mit, und ich sage dann innerhalb des Users, gib mir mal bitte den global konfigurierten Session-Catch, oder Session-Manager, oder was es jetzt eben war, und dann beginnt der Service-Container zu röhlen, guckt halt in unsere Konfiguration nach, oh, das schreiben wir immer in NAM-Cache, der NAM-Cache liegt auf dieser IP, an dem Port, das und so komme ich da ran, falls er dann Credentials hat oder was auch immer, dann weiß er das. Und der User kriegt halt ein globales Objekt, gemanagt von dem Service-Container. Es ist kein Singleton-Pattern. Ich habe die Idee zu glauben, dass das Singleton ist, weil es halt immer noch eine lose Kopplung ist. Singleton wäre wieder eine harte Kopplung, das heißt wieder, ich nehme zwar ein globales Objekt, aber ich habe dieses globale Objekt auch wieder fest an dieser Stelle instanziiert. Das könnt ihr im PHP-Unit nicht gut testen. Habe ich jetzt kein Beispiel mit. Der Service-Container ist halt eine Funktion, die muss auch irgendwie übergeben werden, die könnt ihr dann einfacher benutzen, und er kann auch eine ganze Menge Magic mehr, weil, wenn er uns dieses Session-Container-Storage-Dinger baut, guckt er sich an, was das für Objekte braucht, was da halt einfach passiert. Und dann fängt an, das System sich Auto zu konfigurieren. Und das basiert alles auf dem Prinzip von Dependency Injection, loser Kopplung. Deshalb ist das halt ein zentrales Pattern, mit dem ihr die Systeme einfach besser bauen könnt. Das ist super wichtig, dass ihr dieses eine Ding durchdringt, dann ist der Rest gar nicht mehr so schön. Da müsst ihr euch jetzt zwar nicht irgendwie drüber denken, nehmen, dass ihr dann halt da, na, ach, nicht Reflektionen, sondern doch Reflections zur Laufzeit macht, um dann rauszukriegen, was die Objekte baut und so. Das ist viel Hokus-Pokus, das ist eigentlich egal. Wichtig ist dann für euch immer nur, zum Beispiel in meinem Controller will ich einen Übersetzung-Service haben, der Controller kennt den Service-Container, ich sage, gib mir den Übersetzung-Service oder gib mir einen anderen Übersetzung-Service, weil der Controller kann mir auch unterschiedliche Objekte bauen, was ich beim Similten auch nie könnte. Und dann kann ich halt hier wieder Sachen zusammenbringen und einfach viel sinnvoller arbeiten. Also von daher, für mich beglebt es halt alles mit Dependency Injection, um halt ein System zu bauen, was zum Schluss halt einfach mehr Sinn macht. Und das ist völlig unabhängig von Rupel. Benutzt sowas bloß in euren Modulen. Kommt nicht auf die Idee, Sachen halt hart zu binden. Das ist ein Fehler. Ihr könnt nie Sachen sonst von anderen benutzen und halt einfach mit denen zusammenarbeiten. Holt euch die Sachen halt zusammengebaut aus anderen Dingen auf und das ist dann nachher das einfach, was ihr wollt. Gut. Meine lieben Einhörner, wir sind am Ende der Rainbow-Session angemangt. Den Top von Gold habe ich euch verschworen, den gibt es aber trotzdem nicht. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ansonsten Rest der Session, dir Question, Answer oder was eure Erlebnisse damit sind, vielleicht kann ich ein bisschen helfen oder wir können als Gruppe diskutieren. Also vielen Dank. Fragen, Anregungen, Meinungen, Kritik? Du warst zuerst. Wenn man so eine Tragöten-Gruppe macht, Vorsicht hat, da freut man sich und ist ein Häppchen. Wann lohnt sich, was welche Erfahrungen zu werden, kannst du uns sagen? Das ist ein kompliziertes Thema. Das geht auch für mich hier ins Projektmanagement ein, ehrlich gesagt. Das sind für mich Sachen so wie, wenn du Zeit im Sprint hast, falls die Sprintorientiert arbeitet, dann fängst du einfach an zu reflektern. Weil das ist einfach immer nötig. Wenn du Kunden wegbezahlen hast, der wird das nie bezahlen. Der ist jetzt hier die Gruppe und alles. Dann würde ich nochmal insgesamt mit... Ich sage ja, das ist ein Projektmanagement-Thema. Das hat auch mit dem Kunden nichts zu tun, sondern mit eurem eigenen Qualitätsanspruch, wie den Kunden bedient. Das sind halt Fragen, wie das Projektmanagement das bedient. Das strengt ein bisschen den Rahmen von reiner Programmierung. Aber Aussage ist, Refactor immer, wenn du Zeit hast. Und alles, wenn du sie zu reflektern, ich schreib auch immer Scheißbuch. Also von daher... Wer das Testbarkeit nicht macht, dann wird das Argument machen. Warum hast du die Faktoren, damit ich da mocken kann? Also auf jeden Fall. Aber das würde der Kunde auch wieder sagen, du zahlst dir nicht. Also das hängt davon ab, was du dann durchkriegst. Aber wie steht das, das ist alles eher Projektmanagement. Also ich würde Sachen eher überschätzen. Das Team sollte sagen, das Team ist auch ein Stakeholder, hat auch Anspruch, Dinge zu tun. Du hast intern Zeit dafür, deine eigenen Issues zu machen. Das ist eine Frage von technischer Schuld. Also wo habe ich im Code einfach noch Scheiße gebaut, auch teilweise absichtlich Scheiße gebaut, weil ich einfach was fertig kriegen muss. Und dann weiß ich einfach, hey, hier muss ich es nochmal ändern. Aber es muss im gesamten Projekt eine Fairness dafür sein, dass diese Dinge später noch geändert werden müssen. Dafür sollten wir Agenturen einfach mal ein bisschen ein offenes Gedächtnis haben. So, hey, da haben wir einfach Mist gebaut und selbst wenn es mit den Kunden kommuniziert haben, müssen wir einfach nochmal ein bisschen aufräumen. Und man sollte es einfach schnell tun, weil ansonsten sprießen einfach also wirklich Monstren aus dem System und das wollen wir halt auch nicht. Das ist so eine Frage. Ich kenne ja, wie viele auch zu den Entwicklern, die schon lange drüber machen, die jetzt langsam den Schwenk von sieben nach acht betreiben. Ja. Und das Problem, was ich persönlich, aber ich bin sicher, auch andere damit haben, ist, wir schlucken ziemlich schnell, was die Penalty Injection allgemein bedeutet. Wir schlucken auch ziemlich schnell, dass es da einen Servicecontainer gibt, in dem sich Services befinden. Ja. Aber dann kommen wir immer an die typische Druckvariante. Die Druckvariante lautet, den Druckvariante kannst du alles auf so und so viel verschiedene Preisen machen. Also du kannst Services per Servicejammel in einen Constructor injekten. Du kannst in diesen Constructor eine Getter, ne, eine Setter Injection von Servicejammel machen. Du siehst aber auch mit Rupal 8 häufig das Construct, dass es eine statische Behaviatorne gibt, die den Constructor aufruft. Das ist das unglaublich verwirrte an Rupal. Ich durchschaue, ehrlich gesagt, doch nicht, wann man was macht und warum man was macht. Vielleicht habt ihr da andere Erfahrungen, aber das Scheibling an vielen Ecken irgendwo von Rupal 8 von Rupal 8 in der falschen Seite, dass das halt nicht durchgängig ist. Also nach meinen Erfahrungen sind Rupal immer sehr gewachsene Strukturen, wo halt auch, wir sind hier genauso, in dem gerade, was eben gefragt wurde, wie da drin, technische Schuld wird nicht unbedingt abgebaut, weil man arbeitet ja lieber am Hot Shit halt weiter, anstatt mal irgendwas kontinuierlich besser zu machen. Ja, liebe Community, die Kritik muss man sich leider anhören. Und von daher ist dann ja wirklich die spannende Frage, ob diese Systeme nicht auf unterschiedlichem Kenntnisstand über einen längeren Zeitraum basieren. Das heißt, vor einem Jahr wurde das, also das mit dem statischen Zeug finde ich natürlich gleich wieder das ist so ein Unwort, wo ich gerade nicht nachvollziehen kann, warum das jemals passiert sein sollte. Da wäre es vielleicht einfach eine Issue zuzumachen und die anderen zwei Methoden klingen nach auch wieder, da hat sich das alles einfach weiterentwickelt. Das ist in so einem Monsterprojekt einfach super anstrengend, hat es immer schon gegeben, wird es immer geben. Man kann leider nicht mehr tun, als Issues dazu zu schreiben und im Zweifelsfall selber Code halt zu schreiben, so blöd wie das ist. Und dann musst du wieder monatelang Lobbyismus machen, bevor sich irgendwer dazu begnadet, das sich mal anzugucken, weil eigentlich arbeitet immer mehr an lustigen anderen Sachen, die auch viel moderner geschrieben sind und nicht mehr an dem alten Scheiß. Also das sind typische Issue-Cue-Probleme, hört es sich für mich erstmal auch an. Ich garantiere eigentlich auch, so wie ich die Doku kenne und die ändert sich ja auch schnell, also mein liebstes Beispiel war früher immer, wann ich dynamic queries baue und wann nicht. Das war für mich der absolute Horror, weil am Anfang hieß es, ich muss immer alles mit der Query-Abstraktion schreiben und nachher stand in der Doku wirklich drin, wenn es ein statisches Query ist, schreibt ihn statisch und nur wenn ihr dynamische Queries braucht, schreibt hier bitte einen dynamischen Query, weil das ist sonst zu langsam und ich habe da nur gesessen und gefeind. Aber sowas passiert dann halt und dann muss ich dann durchs ganze System halt irgendwie wieder durchachsen und das dann irgendwie rauskriegen. Da wir solche Monster wie Checks ja irgendwie leider nicht mehr dabei haben, die sowas gnadenlos getan haben, ja, schwierig zu beantworten. Also ich denke eher Issue-Cue-Problem. Wie macht das denn Symphonie? Das ist ein Tick anders. Du hast da einfach mehr Standardisierung. Also es ist halt einfacher gehalten. Das ist ja auch wieder das, was auch so mit der O-Tour in meiner Session sein soll. Halt es klein und dann ist es halt so, dass Standards schon länger durchgezogen werden und halt auch knallhart durchgezogen werden, weil es da nicht so viele Alternative einfach zu gibt. Du hast nicht vergessen, Google ist ja auch ein Mega-Monolith. Ich weiß nicht, wie viele Module das jetzt im Core sind. Das sind bestimmt immer noch 20, würde ich raten. Das muss erst mal irgendwer verstehen und verwalten. Da hast du einfach wieder Subsystem-Maintainer und irgendwas. Und in Symphonie, ich meine, sind die Kuring-Standards einfach irgendwo fest und die machen es sich dann auch einfacher. Also das ist ein Framework und kein verdammtes Content-Management-System. Und in dem Framework hast du einfacher Standards. Und das ist so leider die Wahrheit. Gerne. Das ist dann State-of-the-art für Constructor Injection oder Setter Injection. Ich habe immer Constructor, aber ich weiß nicht. Also eine Setter Injection würde ich nur machen, wenn du es halt nicht immer brauchst. Und sonst natürlich immer reinigen Constructor und dann nur den Service-Container bauen lassen. Du willst es automatisiert haben. Ich wüsste kaum einen Fall, wo du den Service-Container freiwillig umgehen würdest. Also selbst die Factories, auch wenn die statisch sind, würdest du in Symphonie über den Service-Container basteln lassen und da holst du dann die verschiedenen Objekte halt einfach raus. Der Service-Container macht immer Constructor Injection auf der Basis von Reflektionen und guckt danach, was halt wo gesetzt ist. Das ist ja ein ziemlich komplexes Biest einfach, aber nachher ist es super praktisch. Also ich würde nie behaupten, dass ich ihn voll durchdrucken habe, aber es macht einem einfach die Arbeit super leicht. Also was ihr machen könnt, guckt in euren Modulen, dass ihr besser seid. Guckt, dass ihr echt aufhört, Drupel C zu machen, nehmt Drupel Acht, es ist einfach schlauer. Wenn ihr nachher noch so Sachen habt wie Konfigurationsobjekte, wenn ihr da so Flywide-Objekte habt und ähnliche Geschichten so, also das Vorteil an OOP ist nachher dadurch, dass ihr halt irgendwas Abstraktes schreiben könnt oder ein Interface, ihr habt eine höhere Wahrscheinlichkeit davon irgendwie rauszukriegen, was das Zeug machen soll. So eine Funktion hängt halt irgendwo im Raum. Wenn irgendwo eine Methode gekapselt ist in ein Objekt, dann hängt sie immer irgendwo im Raum. Sobald man anfängt halt einfach eine, eine, ein Interface zu schreiben oder eine abstrakte Basisklasse, fängt es an eigentlich Spaß zu machen und halt einfach zu sagen, das Ding kann immer das. Und ihr könnt dann ganz anders mit Vererbung arbeiten, weil alle, okay, ja, wir sind ja sogar sonst fast schon fertig, aber, weil sonst alle Objekte, die ihr halt habt, halt wenigstens auf einem Agreement halt basieren und man weiß, was es ist. Es wäre so schön gewesen, Bukus 7 zu wissen, eine Entity kann immer das und man wusste es halt nicht. Jetzt könnt ihr mir mal beantworten. Wisst ihr denn in Drupal 8, was so eine Entity kann? Hat eine Entity in Drupal 8 ein Interface? Ich bin ja zu faul, sowas da mal nachzugucken, weil ich es nicht mehr benutze. Na? Na? Ja. Ja? So ein zögerliches Ja oder Ja, Juhu. Ja, klar. Ich meine, das hat mich doch nicht. Und du weißt ungefähr, wenn du so eine Entity hast, was die grundsätzlich so kann. PHP-Store weiß es. Das ist auch ein Vorteil, das darf man nicht vergessen. Also das einzige proprietäre Tool, was ich wirklich immer gerne empfehle, ist PHP-Store. Wenn ich nicht damit arbeite, das ist euer Fehler, nicht meiner. Also das ist gut angelegtes Geld. Tut es. Es ist an und wir sind so viel abgefahrenes Zeug für euch. Tut mir leid, Eclipse, tut mir leid, NetBeans, PHP-Store ist da Platzwisch und die ich glaube 80 Euro für Privatpersonen im Jahr. Also ey, tut es euch nicht an und arbeitet bloß mit nichts anderem. Also IntelliJ, also hier, habt mein Geld, nehmt meine Seele, bitteschön. Also, ne? Ist halt so. Also da kommt man heutzutage irgendwie nicht mehr drum rum. Wir haben noch 10 Minuten. Noch irgendwas? Fühlt euch den Wohl mit Drupal 18. OP, yeah! Okay, dann danke ich euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch irgendwas gebracht und ich hoffe auch, dass jetzt irgendwer sich ermutigt fühlt, OP mehr zu machen und auch gerade die Penalty Injection. Und vielen Dank, Christian. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.